Ich habe mein Mathe-Studium nach vier Jahren abgebrochen. Doch warum habe ich das gemacht? Würde ich nochmal studieren und lohnt sich ein Studium überhaupt? All das in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Billionaire. Ich habe wie gesagt vier Jahre lang Mathematik studiert. Doch warum überhaupt? Das ist eine sehr gute Frage, denn bei mir war es nicht so, dass ich wusste, was ich machen möchte. Seit ich ein kleines Kind war, war mir eigentlich klar, dass ich irgendwann mal viel Geld haben möchte, wenn ich groß bin. Ernst genommen haben mich dabei die wenigsten. Warte mal ab, bis du groß bist. Diesen Satz habe ich viel zu oft gehört und Gott sei Dank habe ich nicht drauf gehört. Als Kind habe ich nie wirklich daran gedacht, mich selbstständig zu machen. Mein Traumjob war eigentlich immer Manager, obwohl ich überhaupt nicht wusste, was das genau ist. Je älter ich wurde, desto mehr wurde mir klar, dass an Angestelltenjobs eher nichts für mich ist. Acht Stunden am Tag arbeiten für irgendein Unternehmen fand ich überhaupt nicht gut. Das war allerdings alles eher unterbewusst, denn man bekommt ja von klein auf beigebracht, Arbeitnehmer zu werden und genau darauf bereitet ja auch die Schule vor. In der 12. Klasse hatten wir ein Seminar, in dem wir verschiedene Berufsgruppen kennengelernt haben. Von Unternehmensberater bis hin zu Astronauten war vermutlich alles dabei. Nur die Option, sich selbstständig zu machen, war nicht dabei. Da ich also nicht so richtig auf dem Schirm hatte, mich selbstständig zu machen und ich auch sonst nicht wusste, was für einen Job ich ausüben will, habe ich Mathematik studiert. Warum? Weil ich immer sehr gut im Matheunterricht war und Mathematik mit einer meiner Lieblingsfächer war. Da das Studium gute Berufsaussichten hatte, war mein Ziel irgendwann in einem großen Unternehmer zu arbeiten und viel Geld zu verdienen. Doch wie bereits gesagt, wusste ich tief im Inneren, dass das wohl eher nichts für mich ist und deswegen habe ich vermutlich auch sehr schnell die Motivation am Studium verloren. Das Problem war, ich kannte keine Alternative. Kein anderes Studium hätte Sinn gemacht, denn jeder Studiengang hätte ja letztendlich zum gleichen Ergebnis geführt. Zu einem Arbeitnehmerjob. Mir war also irgendwie schon klar, dass ich mich selbstständig machen musste, doch ich wusste nicht wie, also habe ich halbherzig weiter studiert. Durch Zufall bin ich dann auf das Thema Trading gestoßen. Ich habe mich Tag und Nacht mit diesem Thema beschäftigt und habe mein Studium komplett vernachlässigt. Ich habe sogar in der Vorlesung an meinem Handy irgendwelche Chartverläufe analysiert. Ich war sogar so euphorisch, dass ich zu 100% wusste, dass ich damit Erfolg haben werde. Das Problem war, ich hatte keinen Erfolg und habe damit kein Geld verdient. Ich bin aber trotzdem dran geblieben, habe verschiedene Strategien ausprobiert und habe auch verschiedene Assetklassen gehandelt und schlussendlich kam dann nach zwei Jahren der Durchbruch und ich wurde erfolgreich mit Kryptowährungen. Auch wenn der Handel von Kryptowährungen nicht die Art war, mit der ich mit Trading erfolgreich werden wollte, so war die jahrelange Beschäftigung mit dem Thema trotzdem Grund dafür, dass ich mit Kryptowährungen angefangen habe. Schaut gerne mal mein Video an, in dem ich erkläre, wie ich mit Krypto in sieben Monaten zum Millionär geworden bin. Ich habe es unten verlinkt. Ach ja, und mein Studium war dann natürlich relativ schnell Geschichte. Jetzt aber zu der Frage, hat mir mein Studium rückblickend überhaupt irgendwas gebracht? Und die Frage ist sehr schwer zu beantworten, denn das Studium hatte sowohl positive als auch negative Folgen. Zum einen habe ich auf jeden Fall meinen Verstand trainiert, denn es gibt nichts kopfzerbrechenderes als ein Mathe-Studium. Man schaut sich teilweise fünf Stunden lang eine Aufgabe an und hat noch immer keine Ahnung, wie man diese Aufgabe lösen soll. Und ja, selbst den besten aus meinem Jahrgang ging es so. Dadurch lernt man auch nicht aufzugeben, denn obwohl man fünf Stunden lang keine Ahnung hat, wie man eine Aufgabe löst, so findet man nach fünf Stunden trotzdem irgendwie einen Weg. Egal wie schwer eine Aufgabe anfangs scheint, wenn man dran bleibt, dann kann man sie auf jeden Fall lösen. Und so ist es mit allen Dingen im Leben. Viele Menschen können so viel mehr erreichen, als sie sich zutrauen, aber sie bleiben einfach nicht lang genug dran oder sie versuchen es erst gar nicht. Im Studium habe ich auch gelernt, mich selbst zu organisieren. In der Schule hatte ich einen festen Stundenplan und im Studium konnte ich mir komplett selbst aussuchen, wann ich welche Vorlesungen besuche. Rein theoretisch hätte man auch überhaupt keine Vorlesungen besuchen müssen und man hätte einfach nur zur Prüfung erscheinen können. Aber gerade im Mathe-Studium kann ich das überhaupt nicht empfehlen. Deswegen musste man sich auf jeden Fall selbst organisieren können. Und das ist eine wirklich wertvolle Fähigkeit, die man gerade auch in der Selbstständigkeit braucht. Denn in der Selbstständigkeit sagt einem niemand, wann man was zu erledigen hat. Es sind also viel mehr Fähigkeiten, die im Studium hängen geblieben sind, als irgendwelche Informationen. Selbst in meinem BWL-Studium, das ich als Nebenfach studiert hatte, habe ich nicht wirklich irgendwelche wichtigen Informationen gelernt. Ein BWL-Studium eignet sich meiner Meinung nach überhaupt nicht, um sich selbstständig zu machen, auch wenn das viele denken. Kann man also letztendlich sagen, dass sich mein Mathe-Studium aufgrund der erworbenen Fähigkeiten gelohnt hat? Ich würde sagen nein, denn es gibt vermutlich viel effizientere Möglichkeiten, um diese Fähigkeit zu erlernen, für die man keine vier Jahre braucht. Auf der anderen Seite hatte ich aber nach der Schule überhaupt keine Ahnung, was ich sonst hätte machen sollen. Jetzt ist es einfach für mich zu sagen, hätte ich mich mal direkt nach der Schule selbstständig gemacht. Aber damals hatte ich halt einfach noch nicht den Wissensstand, den ich jetzt habe. Würde ich also jemandem, der gerade sein Abi macht, empfehlen zu studieren? Wenn er sich selbstständig machen will, dann auf jeden Fall nein. Wenn du eine konkrete Idee hast, wie du dich selbstständig machen willst, dann fang am besten direkt damit an. Wenn du es noch nicht weißt, dann konzentriere dich darauf, deine Fähigkeiten zu verbessern. Ein BWL-Studium ist dafür, wie bereits erwähnt, überhaupt nicht geeignet. Du solltest aber trotzdem möglichst schnell damit anfangen, Geld zu verdienen. Selbstständigkeit ist keine Einbahnstraße, deswegen fang einfach mit irgendetwas an, bevor du nur herumsuchst. Du kannst dir beispielsweise Fähigkeiten wie Video-Editing beibringen. Diese Leistung kannst du nämlich relativ schnell für Geld im Internet anbieten. Es ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, dass dir kein Geistesblitz kommen wird, mit dem du Geld verdienen kannst. Du musst also Dinge ausprobieren, scheitern, dann andere Dinge ausprobieren, wieder scheitern und immer so weiter, bis du endlich was gefunden hast, was erfolgreich ist. Verschwende also nicht deine Zeit und warte darauf, dass dir irgendeine Idee kommt, mit der du Geld verdienen kannst. Und wenn du nicht jeden Tag versuchst, Erfolg zu haben, dann geh wenigstens dabei arbeiten. Wenn ich Kinder hätte, die sich nach der Schule selbstständig machen wollen, dann würde ich das auf jeden Fall unterstützen und würde ihnen Miete, Essen und so weiter bezahlen, damit sie sich auf ihre Selbstständigkeit konzentrieren können. Wenn sie es aber nicht jeden Tag zu 100% versuchen und die Hälfte der Zeit faulenzen, dann müssen sie sich ihr Geld selbst verdienen. Was ist jetzt aber, wenn man sich nicht selbstständig machen will, sollte man dann studieren? Das hängt natürlich ganz stark davon ab, was du werden möchtest. Wenn du beispielsweise Arzt, Anwalt oder Lehrer werden möchtest, dann hast du gar keine andere Wahl, als zu studieren. Ist das aber nicht der Fall, solltest du dir wirklich genau überlegen, ob du studieren solltest. Oftmals verdient man für den gleichen Beruf mehr Geld, wenn man studiert hat, als wenn man eine Ausbildung gemacht hat. Wenn du also genau weißt, was du machen willst, dann kann ein Studium auf jeden Fall Sinn machen. Wenn du aber noch nicht genau weißt, was du werden willst, ist mein Studium meiner Meinung nach der falsche Weg. Einfach mal irgendwas zu studieren, führt ganz oft nicht zum Erfolg. Am Ende wechselt man viermal das Fach, weil es doch nichts für einen ist. Was aber viele nicht verstehen, ist nicht, dass das Studium an sich wichtig ist, sondern das, was man danach machen möchte. Und wer nicht genau weiß, was er machen möchte, der muss sich unbedingt verschiedene Berufsgruppen anschauen und nicht verschiedene Studiengänge. Deswegen macht es viel mehr Sinn, in verschiedenen Berufsfeldern zu arbeiten oder eine Ausbildung zu machen. Im schlimmsten Fall hat man zumindest etwas Geld verdient und man kann sein Berufsfeld jetzt etwas enger eingrenzen. Ich habe natürlich auch den Fehler gemacht und habe einfach mal studiert, ohne dass ich genau wusste, was ich danach machen möchte. Und gerade bei so einem schweren Studium muss man wirklich wissen, wofür man es macht, denn ansonsten zieht man es nicht durch. Ich will aber auf jeden Fall noch erwähnen, dass man alles, was ich gerade gesagt habe, nicht pauschalisieren kann. Es gibt einfach zu viele unterschiedliche Studiengänge, Berufsfelder und zu viele unterschiedliche Menschen, als dass ich hier in einem Video jedem eine Empfehlung geben könnte. Deswegen ist dieses Video eher eine Hilfestellung, an der man sich orientieren kann. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr studieren wollt bzw. ob ihr studiert habt und ob das eine gute oder eine schlechte Entscheidung war. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.